Ja meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem leckeren Kanal. Ich habe eine große Neuigkeit. Ihr wisst ja, mein Kochbuch war in der Zeitlau nicht verfügbar, weil die derzeitige Ausgabe überall ausverkauft ist. Und heute darf ich verkünden, dass die neue Ausgabe, so sieht die aus, nun offiziell erschienen ist. Das heißt, es ist ab sofort überall erhältlich, sowohl online als auch in den Buchhandlungen. Also man konnte es vorher schon vorbestellen, aber ab jetzt wird es eben ausgeliefert. Die neue Ausgabe enthält auch einen Kapitel mehr, und zwar das Dingsum-Kapitel. Also zwei Dingsum-Rezepte sind vom China-Kapitel da neu eingegliedert. Dafür hat das China-Kapitel wiederum zwei neue Rezepte bekommen. Sprich, insgesamt hat das neue Buch über 70 asiatische Rezepte. Wir werden definitiv demnächst auch ein Dingsum-Rezept aus dem neuen Kapitel zusammen kochen. Das wird so lecker, ich freue mich schon drauf. Also dann, bis bald. Tschüss!